Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de, kleines Corona-Bastel-Update. Wir haben gestern so Zaunlattenmännchen gebaut. Wichtig finde ich einfach, lasst die Kinder aussägen, lasst die Kinder anmalen, auch wenn es vielleicht nicht so perfekt ist, wie es dann bei euch werden soll. Wir haben einfach zwei Zäune gemacht, einfach, dass die Kinder ein bisschen mehr zu tun haben, dass die Kinder ein bisschen mehr zum Anmalen und Aussägen haben. Eine Bastelanleitung gibt es eigentlich nicht. Irgendwelche Figuren aufmalen, vielleicht so einen kleinen Robot oder so, dann oben ohrenmäßig irgendwie irgendwas aussägen und dann einfach lustig anmalen. Genau, so spielt ein bisschen Zeit rum, die Kinder haben was Kreatives gemacht und haben auch hier, wie ich finde, ein tolles Erfolgserlebnis gehabt.